Servus und Hallo, hier wie gewohnt aus dem Stadion zum 1889 einem Aftermatchalk, neben mir ist der Matze. Servus Matze, ich bin der Flo, wir haben das Spiel kommentiert, vom Turmfunk und wir wissen immer noch nicht so recht, was wir nach dem Spiel passiert. sagen sollen, gerade eben lief das Lied We Don't Look Back in Anger. Die Frage ist, schauen wir mit Wut zurück auf das Spiel oder freuen wir uns eher, weil es eigentlich eine Top-Leistung war vom Jan Matze? Ja, also die Erkenntnis, dass der Fußball mitunter das grauenvollste und schlimmste in der Welt sein kann und der Fußballgott ist nicht immer gut mit einem Mainz, das haben wir heute gesehen. Gnadenlose Sandhauser haben uns besiegt. Die werden auch in drei Wochen noch nicht wissen, wieso und auch wenn sie sich das Match 10 Mal anschauen, werden sie nicht wissen, wieso sie gewonnen haben. Die Überschrift sollte eigentlich lauten, Chancenbucher Jan, wir bringen uns selbst um den Sieg, aber gehen wir alles mal chronologisch durch. Es waren tatsächlich in der ersten Halbzeit so viele Chancen, ich habe aufgehört zu notieren. Also wir sind super ins Spiel gekommen, wir haben sofort Sandhausen gezeigt, wer hier Chef am Platz ist und das waren wir und haben über Ganaus, über Diawosi, weiß Gott, wer noch alles eigentlich die Möglichkeit gehabt, das 1 zu 0 zu machen und ja, sind dann in den Rückschlag geraten. Ja, durch eine Chance Flanke von links in der Mitte stand dann David Otto frei, der macht das natürlich klasse, eiskalt und dann steht es 1 zu 0. Was ich aber gut fand ist, Dajan hat sich davon nicht beeindrucken lassen und auch ein Punkt, den du noch nicht erwähnt hast, der mir sehr gut gefallen hat. Wir haben im Mittelfeld die Zweikämpfe angenommen, gewonnen meistens. Anni Geipel ganz stark gewesen heute, auch Rasim Bulic wie gewohnt stark und aber auch an Christian Vieth hat mir sehr gut gefallen, der so die Schnittstelle gemacht hat, dazwischen defensiven Ballgewinnen im Mittelfeld und spielen in die Spitze, passen in die Spitze. Wir haben sehr schön direkt gespielt, direkt verlagert und da ist klar, dass dann sofort Chancen entstehen. Das haben wir viel, viel besser gemacht als die letzten Wochen und deswegen ist es so ernüchternd gewesen, dass man sich in der ersten Halbzeit schon nicht belohnt. Ganaus steht sogar, glaube ich, ein, zwei Mal im Abseits. Diabuzi könnte selbst abziehen, spielt dann nochmal ab. Schönfelder auch auf der linken Seite, sehr, sehr gut gemacht, oft in die Mitte gezogen, gut im Zusammenspiel mit Saller. Also da hat eigentlich alles gepasst. Da müsste es sich vielleicht nochmal, nur nochmal trauen, manchmal früher abzuziehen sogar, als nochmal den Querpass zu wagen. Ja, wir hatten dann auch noch eine Ecke, die zum 1-1 hätte ja resultieren müssen und den haben wir in der Nacht in den Himmel gejagt. Dann ein Elfmeter, den wir hätten bekommen müssen. Ich habe die Fernsehbilder zwar noch nicht gesehen, aber ich vertraue auf die Expertise, selbst wenn der Moderator von Magenta sagt, dass das Ding, ein klarer Elfmeter war. Nichtsdestotrotz hätte Sandhausen sich in der ersten Halbzeit nicht beschweren dürfen, wenn sie mit einem 3-0-Rückstand in die Pause gehen und wir haben halt einfach dieses Ding nicht gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir dann auch genauso weiter gespielt, also zweite Bälle, dritte Bälle, die sind ja alle bei uns gelandet. Wir haben das wirklich, wirklich stark gemacht, wir haben attraktiven Fußball gespielt, die Laufwege haben gepasst. Es war eigentlich alles angerichtet für den Ausgleich, aber Chance um Chance konnten wir die Chance nicht nutzen. Ja, wir haben dann in der zweiten Halbzeit nochmal wirklich genauso angeknüpft an die erste, haben ja versucht auch nochmal Ganaus in Szene zu setzen, diesmal mehr mit langen Bällen, auch die Einwechslung von Dominic Cota war ganz gut, fand ich, der doch mal auf links viel Wirbel gemacht hat, auch mal versucht in die Mitte zu ziehen, abzuziehen, aber was wir auch schon im Spiel festgestellt haben, das haben wir auch angesprochen, ist, dass wir uns durch die Wechsel doch ein bisschen Dynamik genommen haben, gerade als Geiple gegangen ist, als Diavusi gegangen ist, haben wir irgendwo so ein bisschen Schwung verloren, da Geiple gegangen ist, hat sich viel zurückgezogen auf die sechste Position und auf einmal standen zwei Spitzen vorne und was uns vorher in den anderen Spielen so wirklich Offensivpower gebracht hat, nämlich zwei Spitzen vorne, hat heute irgendwie verpufft, gegen diese Innenverteidigung von Sandhausen, gegen Knipping, der es dann doch am Ende ganz gut ausspielt, der unsere Sachen weggeköpft hat die ganze Zeit, hat das nicht mehr so diese Durchschlagskraft entwickelt, wie noch in den ersten, sag ich jetzt mal, 70 Minuten grob. Ja, weil wir mit Geiple einen Spieler rausnehmen mussten, der recht früh vom Unparteiischen angezählt wurde, nach dem Motto, ja, noch ein Foul und du bist raus, egal was es für ein Foul ist, da haben wir dann tatsächlich im Mittelfeld ein bisschen den Zugriff verloren, weil Geiple immer die Übersicht hatte, welchen Spieler er anspielt, wo er Räume aufmacht und das hat dann halt wirklich sehr gut funktioniert, auch auf der rechten Seite mit Faber und dir, wo sie mit dem Hinterlaufen, das war richtig schön anzusehen, aber ja, mit den Wechseln ging tatsächlich dann die Dynamik so ein bisschen verloren, wir hatten trotzdem noch durch Kota eine Riesenchance auf den Ausgleich, der vom leeren Tor den Ball nicht trifft und der ins auskullert, dann wäre schon eins zu eins gestanden und dann muss ich sagen, dann gewinnen wir das Spiel noch, dann drehen wir das, weil Sandhausen war eigentlich das ganze Spiel nicht anwesend, aber dann kommt es so, wie es kommen muss, im Mittelfeld haben wir die Räume nicht mehr zugestellt bekommen, da hat ein erfahrener Geipel meiner Meinung nach einfach nur gefehlt und dann war es Hennings, der das 2 zu 0 durch den Konto gemacht hat. Das Spiel klassisch ausgekontert, da waren die Sandhausen dann in Überzahl, 3 auf 2, gut ausgespielt, rechts durchgegangen, dann Querpass rüber auf Hennings und der macht es halt dann eiskalt ins lange Eck. Da hatte ich eigentlich gedacht, jetzt wird es sofort abgepfiffen, aber dann hat der Sturmlauf des Jahren und dieses Spiel war eigentlich ein einziger Sturmlauf, wirklich wo man dachte, das ist vorbei, hat es doch nochmal zum Erfolg geführt und zwar Christian Vieth sich dann von 16 einfach mal ein Herz genommen, Ball rutscht durch auch gar nicht mal unhaltbar fand ich, Renen schaut da dann auch nicht so optimal aus drin und dann wurde es ja richtig spannend nochmal die letzten 2-3 Minuten, aber leider deutlich zu spät, ich habe es dann schon gesagt, auch im Spiel, es ist einfach, der Anschluss kam dann zu spät. Ja, trotzdem hatten wir nochmal die Chance zum 2 zu 2, was Renen einem frei hält, vor dem Ball aus dem Winkel kratzt. Sicherlich, Renen auch ein Faktor heute bei Sandhausen, hat wirklich gut gehalten, ein paar Schüsse kamen ja dann von uns doch aufs Tor, ja, die hat er dann richtig gut rausgefischt und wir haben offensiv alles gebracht, was wir haben, auch Bräunig muss man erwähnen in der Defensive, der Junge spielt brutalen Fußball in der Innenverteidigung. Also bis auf das Gegentor, wo sich Otto zwischen den beiden durchgemuggelt hat zwischen Bräunig und Ballers, waren wieder bombensicher. Ja. Ich habe es ja auch im Spiel schon gesagt, also das ist für mich die beste Saisonleistung gewesen heute vom Jahr und deswegen ist diese Niederlage vollkommen unnötig. Ja, weil Torschuss wahrscheinlich 20 zu 2 ist. Es ist auch ein bisschen Ausgleich in die Rechtigkeit, als wir uns vielleicht ein, zwei Unterschied ermogelt haben jetzt in den letzten Wochen, gerade gegen Essen, aber rein von der Leistung her war das für mich wirklich mit die beste Leistung der Saison, es war die beste Leistung der Saison, sagen wir es wie es ist. Griffig in den Zweikämpfen, super nach vorne, vertikal verlagert, sehr schön durch die Grundlinie gegangen, gespielt, also eigentlich alles das Einzige, was man sich vielleicht noch ein bisschen mehr erhofft, so Bälle in die Box, gefährliche Bälle aufs Tor. Hatten wir, hatten wir, aber das haben wir mit den Auswechslungen von Diabosi und Ganaus verloren, diese Läufe und mal kreuzen und sich im Sechzehner anbieten und dann durch sein, das hat einwandfrei funktioniert, ich muss auch sagen, wir haben heute mit der besten Aufstellung gespielt, die jeder Mannschaft Probleme bereiten wird. Gleichzeitig muss ich auch sagen, ich erhoffe mir in Zukunft dann auch mit den Einwechslungen etwas mehr Dynamik, wenn du verstehst, was ich meine, also mehr Spritzigkeit, da haben wir den Cota gebracht, ja, der war dynamisch, aber dann auch ideenlos in manchen Szenen, weil keine Bewegung im Spiel war und er lebt von Bewegung, da hat Hottmann, der von der Bank gekommen ist, dem hat ein bisschen das Tempo gefehlt in manchen Situationen, da wünsche ich mir ein bisschen mehr Spritzigkeit, da muss er vielleicht noch ein bisschen an sich arbeiten, sonst ist er ein sehr guter Boxspieler, kämpft auch mit zurück, kann man ihm keinen Vorwurf machen, aber Laufwege und ja, die Läufe, Mitspieler in Szene zu setzen, zu kreuzen, Ideen zu haben, in welche Schnittschnellen laufe ich rein und biete mich an, da haben wir mit dir, wo sie und Ganaus, die sich mit Sicherheit kaputt gelaufen haben, weil die viel geleistet haben, viel geackert haben, haben wir mit Sicherheit die zwei Besten heute auswechseln müssen und dann stellt sich die Frage, ja, wen bestraft man jetzt für eine gute Leistung, weil eigentlich musst du einen von den beiden im nächsten Spiel auf die Bank lassen, damit du einen spritzigen Spieler mit frischen Ja, werden sehen, ich glaube, dass die schon jung und spritzig genug sind, hoffentlich hat keiner sich was getan heute, das ist natürlich die Voraussetzung, aber ich glaube schon, dass die Sonntag dann gegen Aue schon wieder fit sein könnten. Nicht falsch verstehen, wir haben trotzdem dann weitergekämpft, ja, und wir haben den Anschluss getroffen und waren kurz vorm 2 zu 2, dann wäre hier das Stadion explodiert und das war die Glanzparade, die den Ausgleich verhindert hat, das ist alles schön und gut, vielleicht auch an der Situation geschuldet, dass Sandhaus mit 11 Mann im 16er Stand bringt dir vielleicht nicht mehr viel Schnelligkeit, sondern dann eher Robustheit, was kann auch sein. Mehr bin ich nicht hinzuzufügen, ich sehe es genauso. Ja, in diesem Sinne, wir dürfen jetzt den Kopf nicht hängen lassen, das ist die erste Niederlage am siebten Spieltag, bis dahin waren wir ungeschlagen und wer das Spiel sich nochmal durch den Kopf gehen lasst, der wird es sehen, das ist wahrscheinlich, wird es die unnötigste Niederlage in der Saison gewesen sein. In diesem Sinne muss uns aber auch nicht Angst und Bange sein, gegen ein starkes Aue nächste Woche, wenn wir daran anknüpfen können, können wir da was holen und dann verlieren wir lieber mal eins, anstatt dass wir vier Unentschieden holen und gewinnen dafür vier Spiele danach, dann unterschreibe ich das. Sehr optimistisch, dem schließe ich mich an, wir wünschen euch eine schöne Woche, macht es gut, Servus. Ciao.